In diesem Video zeigen wir euch, wie man Bremsscheibe und Bremsbelag an der Hinterachse erneuert. Um die Bremsscheibe abnehmen zu können, muss die Handbremse gelöst sein. Deswegen muss die Hinterachse als Ganzes aufgebockt und gesichert werden. Wie das geht, seht ihr im verlinkten Video. Zuerst nimmt man natürlich den Reifen ab. Nur an der rechten hinteren Seite befindet sich ein Bremsbelag-Verschleißsensor. Diesen kann man mit einem Schraubenzieher heraushebeln. Die Feder für den Bremssattel lässt sich auch relativ leicht heraushebeln. Bevor man die Führungsbolzen des Bremssattels lösen kann, müssen die Plastikabdeckkappen entfernt werden. Auch dies geht mit einem Schraubenzieher. Danach die Führungsbolzen mit einem 7er Inbus herausschrauben. Beim unteren Führungsbolzen ist eine Verlängerung sehr hilfreich. Dann, abhängig vom Zustand des Bremssattels, mit etwas Überzeugungskraft den Bremssattel lösen und auf einer Stütze abstellen, sodass der Bremsschlauch nicht übermäßig belastet wird. Die Beläge können mit leichten Schlägen herausgeklopft werden. Als nächstes löst man die beiden Schrauben des Bremssattelträgers. Abhängig vom Baujahr benötigt man dazu entweder eine 17er Nuss oder einen E18 Außentorx. Nun kann man mit einem 6er Inbus die Schraube der Bremsscheibe lösen. Nach ein paar Minuten sanftem Klopfen mit dem Gummihammer auf den Topf geht die Bremsscheibe dann schließlich auch ab. Für diese Stelle ist es wichtig, dass eben die Handbremse gelöst ist, da die Handbremse als Trommelbremse in der Bremsscheibe realisiert ist und wenn sie angezogen ist, sie die Bremsscheibe festhalten würde. An dieser Stelle noch ein Gefahrenhinweis. Die Achse muss bereits mit gelöster Handbremse aufgebockt werden. Auf keinen Fall solltet ihr die Handbremse nachträglich lösen, wenn ihr nur eine Seite mit einem Wagenheber aufgebockt habt. Mit einer Drahtbürste oder einem Radnarbenschleifer sollte dann die Radnarbe von Rost befreit werden. Danach kann man sie beispielsweise mit Rostlöser einsprühen. Achtung, an dieser Stelle kein Fett verwenden, weil dann die Bremsscheibe nicht mehr plan aufliegen würde. Nun kann man die neue Scheibe montieren, die Befestigungsschraube einsetzen und festschrauben und mit 16 Newtonmeter anziehen. Die Führungsschienen des Bremssattelträgers sollten mit Bremsenpaste eingeschmiert werden. Als nächstes schraubt man den Bremssattelträger wieder fest und zieht die Schrauben mit 110 Newtonmetern an. Bevor man die neuen Bremsbeläge einsetzt, sollte mit Hilfe einer Schraubzwinge und einem alten Bremsbelag der Bremssattelkolben zurückgestellt werden. Auch der Kolben sollte mit etwas Bremsenpaste behandelt werden, dabei aufpassen, nicht die Dichtung einzuschmieren. Der Bremsbelag mit der Feder kommt in den Kolben, der andere wird in den Bremssattelträger eingelegt. Bevor die gereinigten Führungsbolzen wieder eingesetzt werden, sollte man die Klammer montieren. Dann die Führungsbolzen einsetzen, festschrauben und mit 30 Newtonmeter festziehen. An der rechten Seite muss noch der Bremsbelagsensor ausgetauscht werden. Dazu ausklipsen, bis man an die Verkleidung gelangt und dann mit einer 8er und einer 10er Nuss die Verkleidung soweit lösen, bis man den Bremsbelagverschleißsensor ausstecken kann. Den neuen dann einfach einstecken. Besonders darauf achten, dass der Stecker korrekt gedreht ist, denn die Stecker gehen relativ schnell kaputt. Und dann wie den alten zurückverlegen und in den Bremsbelag auf der Innenseite einstecken. Die Bremsen sollten nun noch eingebremst werden und der Service zurückgestellt werden. Das funktioniert genau wie bei der Vorderachse. Das Video habe ich hier verlinkt. Ich hoffe, dir hat das Video geholfen und gefallen. Wie immer, Teile, Drehmomente und Werkzeuge in der Beschreibung. Und damit, ciao und bis zum nächsten Mal. Das Video!